Und damit einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Es wird wahrscheinlich ein relativ kurzes Update-Video, weil sich wenig getan hat. Bitcoin bei 59.200 US-Dollar, wenig Veränderung zu gestern, obwohl wir heute Abend diesen Twitter-Space oder Ex-Space mit Elon Musk und Donald Trump hatten. Aber anscheinend ist da nicht wirklich viel passiert. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel erwartet. Aber trotzdem wenig Veränderung. Wir werden trotzdem alles mal angucken. Bitcoin, Ethereum, Gold, die anderen Märkte, ob sich da vielleicht möglicherweise doch noch was im Laufe des Tages tun könnte. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video schon mal sehr, sehr gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, dann kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und denkt bitte dran, immer eure BingX User-ID entweder in Telegram oder mal hier unter das Video zu tippen. Einerseits unterstützt das natürlich den Algorithmus. Andererseits kriegt ihr hier auch immer Free-Trades oder auch Free-Bonus. Also ihr habt nichts zu verlieren, außer eure User-ID unten reinzuschreiben, einen Account zu machen und fertig. Und schon seid ihr jede Woche im Lostopf. Kann ich euch einfach nur noch ans Herz legen. So, jetzt aber rein. 59.200 US-Dollar. Wir sehen kaum Veränderung. Weder nach unten, weder nach oben ging es gestern. Wir hatten keine signifikanten News oder sonstiges. Was mich ein bisschen gestört hat, ist immer noch so ein bisschen hier dieser Wig, wo wir ja gestern schon im Video darüber gesprochen haben, dass es den hier oben eigentlich nochmal holen sollte. Aber was mir gestern ein bisschen aufgefallen ist, auch weil ich nochmal so ein bisschen rückblickend das angeguckt habe, wir haben die letzten Wochenenden immer mal wieder teilweise Wigs ins Golden Pocket immer mal wieder bekommen, aber generell auch Wigs, die dann meistens erst immer ein bisschen später geholt wurden. Gefällt mir nicht wirklich. Sei jetzt mal dahingestellt, was das für Gründe hätte, aber muss man mal ein bisschen beobachten über längere Zeit und schauen, ob sich das weiterhin häuft. Und ansonsten, ja, gestern, wir hatten einen kurzen, in Anführungszeichen nochmal Dump auf 57.200 US-Dollar. Ins Golden Pocket sind wir reingekommen, aber es war für mich keine Long Option. Für mich ist eher weiter hier unten dieser Pivot S1, weil das halt eben so diese Gesamtbewegung hier deutlich mehr unterstützen würde, so zwischen 0.5 und Golden Pocket. Also da bleibe ich auch erst einmal dabei, auch wenn sich die Märkte momentan wieder ein bisschen erholen, auch wenn es hier seitlich jetzt nicht danach aussieht, aber das sind minimale Minusprozente im Gegensatz zu gestern. Deswegen S1 weiterhin für mich hier so dieses Hauptziel, weil wir unten auch noch so eine kleine Ineffizienz haben, würde jetzt diese Struktur, diese kleine Aufwärtsstruktur, die wir jetzt hier gebildet haben, jetzt auch nicht unbedingt schaden, weil wir hier eben noch eine Ineffizienz liegen haben und das tiefere Tief erst bei 54.800 US-Dollar gebildet werden würde. Also warten wir jetzt erstmal ab. Aber ansonsten, ja, zweites Szenario, es gibt nur zwei Szenarien, aber je nachdem, was halt eintritt, so können wir uns zuordnen. Das heißt, dass sich das, entweder das oder das, habe ich euch gesagt, wäre dann die Short Option hier in diesem Bereich schon bei 62.700 beziehungsweise bis hier hoch bei 64.200 US-Dollar und dann ein weiterer Abverkauf. Dafür müsste aber noch ein bisschen mehr positive Stimmung im Markt einfach aufkommen. Hier oben haben wir dann die Supply Zone, das wäre so der nächste Widerstandsbereich und somit dann auch das hier oben, erst einmal die Short Option. Das wäre heftig, oh ne, warte, weil es 3,24% sind, meint man gar nicht für dieses kleine bisschen hier, was das abdeckt. Also da muss man dann schon echt wirklich überzeugt sein von der Position, dass es dann auch wirklich nach unten hingeht oder man versucht, dass wir hier zwei Entries irgendwie reinbekommen. Aber das sind jetzt momentan diese zwei Optionen, die ich jetzt erst einmal sehe. Je nachdem, welche Richtung wir halt zuerst gehen, mit dieser können wir uns dann orientieren. Das macht jetzt wenig Sinn zu sagen, ja, es könnte das passieren oder das. Wir sind hier momentan einfach mittendrin im Niemandsland und da ist einfach zu wenig Bewegung und newstechnisch kommt da jetzt gerade auch nichts. Das sind die zwei Optionen, auf die ich mich jetzt festgelegt habe. Eins von beiden wird wahrscheinlich kommen. Irgendwie werde ich jetzt recht haben. Nee, Spaß. Aber so oder so bin ich weiterhin eher dafür, dass wir nochmal tiefere Kurse früher oder später sehen werden. Ethereum, gleiches Spiel. Hier wenigstens ein bisschen Orientierung nach oben. Short-Szenario bleibt gleich. Der Weg bleibt gleich. Also hier können wir uns das auch, ehrlich gesagt, sparen. Es hat sich einfach zu wenig hier seit gestern getan. Es wäre trotzdem schön, wenn wir hier einfach hoch mindestens mal zum S1 kommen. Besser wäre ins Golden Pocket, weil wir hier zwei Supply-Zonen nämlich zusätzlich auch noch haben, plus den ehemaligen Support-Bereich, der dann hier zu Widerstand flippen würde. Also auch hier würde es weiterhin passen. Was mir hier aber ehrlich gesagt nicht so wirklich gefällt, ist dieses kleine oder größere, je nachdem wie man es nennen möchte, dann schon langsam bildende Rising Wedge. Je nachdem wie man es hier dann anlegt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Momentan gilt der Abtrendkanal noch und der könnte sich natürlich noch bis zum Golden Pocket hier oben fortführen. Aber das sollten wir aber noch ein bisschen im Blick behalten. Ja, Altcoins ein bisschen seitwärts, kaum Veränderung. Wer einkaufen will, es bieten sich immer noch gute Einkaufsmöglichkeiten an für DCA. Nur mal so am Rande. Nicht, dass irgendjemand hier wieder FOMO kriegt. Gold gestern ordentlich nach oben hin gepusht. Das heißt, unsere Short-Position ist jetzt erst einmal hier rausgeflippt. Nächster Short-Entry wäre dann hier oben für mich so um die 2.500 US-Dollar. Also ich hoffe jetzt gerade noch, dass wir hier dieses Top bei 2.480 nochmal brechen. Und dann irgendwo hier oben bei 2.500 Dollar oder um die 2.500 Dollar unseren nächsten Short-Entry kriegen. Also das ist unsere Short-Box hier oben. Kann ich auch gleich mal dazuschreiben, damit wir das schon mal drin haben. Die für mich als nächstes in Frage kommt. 2.500 Dollar deshalb, also so um den Dreh, weil es halt wieder so ein bisschen eine magische Zone ist. 2.500 Dollar, wir hätten ein neues All-Time-High. Und wir hätten dann schon hier, muss man ehrlicherweise sagen, die Liquidität abgegrast, die Liquidität abgegrast. Also da könnte nochmal ein guter Flip nach oben hinkommen. Um dann, sag ich mal, einen größeren Abverkauf nochmal zu sehen. Leider Short-Position, wie gesagt, ausgestoppt. Die Long unten hat er nicht abgeholt. Die Box lassen wir trotzdem mal hier unten drin für einen potenziellen späteren Long-Entry. Aber das ist jetzt erstmal hier der Plan. Short zwischen 2.500 und 2.514. Pivot R1 als erster Widerstand, Monatswiderstand. Könnte hier sehr, sehr gut getroffen werden. DAX 0,000 Änderung. Also, keine Ahnung, ich glaube, gestern sind wir 100 Punkte gestiegen. Gleiches Szenario wie gestern. Wir warten hier, dass das Gap gefüllt wird. Pivot S1, Golden Pocket und dann möglicherweise unsere Short zu verdoppeln. Wir hätten dann immer noch genügend Luft, hier, sag ich mal, diese zweite Ineffizienz hier oben noch bei 18.200 Punkten abzudecken. Also auch hier keine Änderung. Und last but not least, Euro gegenüber US-Dollar. Auch hier leichte Bewegung nach oben. Aber auch nicht wirklich was. Und das hat mich gestern ein bisschen gewundert. Gold extrem hochgestiegen. Die XY nicht wirklich gefallen. Und dafür halt auch Euro gegenüber US-Dollar. Kaum Bewegung hier. Bisschen gestört, aber gut. Was nicht ist, kann heute noch im Endeffekt passieren. Und lieber habe ich am Dienstag einen Move, statt am Montag irgendeinen Fake-Move, der uns dann in irgendwelche Trades reinhaut und dann uns wieder ausstoppt. Naja, das sollte es erstmal gewesen sein. Kurzer, kurzer Marktüberblick. Es gibt nicht mehr zu erzählen. Seit gestern hoffen wir auf ein bisschen mehr Bewegung. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, Account bei BingX machen und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Später kommt noch die XRP-Analyse bei CryptoGuru. Gerne vorbeischauen, den Link haue ich dann auch natürlich in die Telegram-Gruppen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst euch gut gehen, Wetter genießen und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay quick.